Willkommen hier beim Surkamp Espresso. Vier Bücher, ein Thema. Und das große Oberthema heute sind Grenzen, Krisenregionen und wir reden über Bücher, die uns an die Grenzen bringen, manchmal auch darüber hinaus. Und wir beginnen mit einem philosophischen Plädoyer. Das Buch heißt Globale Bewegungsfreiheit, ein philosophisches Plädoyer für offene Grenzen vom Schweizer Philosophen Andreas Kassé. Herr Hölzing, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte sieht das Recht auf Auswanderung zwar vor, was die allerdings nicht kennt, ist, dass der Mensch denn da auswandert, auch in das Land, in das er vielleicht einwandern möchte, überhaupt reinkommt. Wie möchte Herr Kassé das verändern, diesen Ansatz? Die Idee ist erstmal sozusagen philosophischer ranzugehen, zurückzutreten und zu fragen, das ist die rechtliche Lage, man hat ein Recht auf Auswanderung, aber kein Recht auf Einwanderung. ist das denn sozusagen ethisch oder rational gerechtfertigt, überhaupt diese rechtliche Lage oder gibt es nicht philosophisch gute Gründe, die in Frage zu stellen? Und Kassé denkt, dass es diese Gründe gibt und geht eben in diesem Buch daran, zu sagen, warum es eben dieses Recht auf Ausschluss, das sozusagen Staaten haben nach der aktuellen Lage des Völkerrechts, warum dieses Recht nicht rational begründet ist, sondern warum es eine globale Bewegungsfreiheit für jeden Menschen geben soll. Das ist die These des Buches sozusagen im allgemeinsten Sinne. Genau, für den einen klingt das natürlich jetzt wahnsinnig theoretisch. Gibt es denn auch sowas wie so einen praktischen Teil, wo der Mensch, der sich vielleicht nicht mit solchen Themen tagtäglich auf diesem Niveau beschäftigt, wo denn einsteigen kann? Ja, also das Buch ist voller Beispiele, voller praktischen Beispiele. Klar, das Thema hat natürlich auch immer noch eine ungeheure Aktualität. Und wenn seine Überlegungen stimmen, dass Staaten kein Recht auf Ausschluss von Menschen haben, sondern dass alle Menschen auf der Erde dahin gehen dürfen, wohin sie wollen, wohin ihr Herz sie treibt sozusagen, dann hätte das auch individual ethische Konsequenzen für jeden von uns in den wohlhabenden Staaten, weil wir werden dann sozusagen moralisch verpflichtet, diesen Leuten zu helfen. Also sei es über Seenotrettung, sei es, dass wir ihnen irgendwie helfen, über die Grenzen zu kommen, dass wir ihnen Unterschlupf gewähren. Und das ist natürlich eine radikale Konsequenz, weil gleichzeitig wäre dieses ethische Handeln gegen den Stand des aktuellen Rechts, das ist sozusagen... Aber wenn man mal ehrlich ist, geht es ja leider in der realen Welt in die andere Richtung. Also Grenzen werden höher, Mauern werden gebaut. Warum oder ganz anders, was macht das Buch von Andreas Kasse immer noch lesenswert? Warum ist es vielleicht heute sogar sehr, sehr wichtig? Ja, ich würde sagen, eben aus diesem Grund. Also wenn es genau sozusagen eher diese Tendenz gibt, noch mehr Einreisebeschränkungen aufzuziehen, das Asylrecht weiter zurückzufahren, dann hat man eben, wie dieses Buch zeigt, ganz starke Gründe auch, sich dagegen politisch zu engagieren, ethisch dagegen zu argumentieren, weil es eben tatsächlich nur sehr schlechte Begründungen sozusagen philosophisch gibt, warum wir Menschen irgendwie ausschließen dürfen aus unseren Ländern. Mal abgesehen davon, dass es eine unglaubliche Ungleichheit natürlich des Rechts auf Ausschluss gibt. Jemand mit einem deutschen Pass oder einem Schweizer Pass kann in fast alle Länder der Welt einreisen. Jemand mit einem Pass aus dem Jemen oder aus dem Kongo kann in fast gar keinem Land der Welt einreisen, sodass sein Recht auf Ausreise faktisch wertlos ist. Also es ist keine Freiheit. Also kann man sagen, ein Buch für alle, vor allen Dingen aber für Politiker, die müssen es lesen. Die sollten es auf jeden Fall lesen, aber auch jeder Bürger und die Zivilgesellschaft sollte es zur Kenntnis nehmen. Das Internet und die Digitalisierung, das ist ja eine prima Idee. Man hat das Gefühl, alle können zusammenkommen. Wenn man sich die reale Welt allerdings anguckt, da ist es ein bisschen schwieriger. Da gibt es dann plötzlich immer höhere Grenzen, immer höhere Mauern. Und warum das so ist, das beschäftigt und versucht, das Buch zu erklären mit dem schönen Titel Mauern, die neue Abschottung und der Niedergang der Souveränität der US-amerikanischen Politikwissenschaftlerin Wendy Brown. Das Buch ist bereits 2010 erschienen in den USA und wurde dann nach der Trump-Wahl in einer aktualisierten Fassung hier auch bei Surkamp rausgebracht im Jahr 2018. Frau Gilmer, wie reagiert denn ein Autor auf die Nachricht, dass man sein fast acht Jahre altes Werk nochmal rausbringen will? Ich glaube mit Freude. Ich glaube mit Freude, weil das Buch einfach vorher noch gar nicht auf Deutsch vorgelegen hat. Und wir hatten davor ein anderes Buch von Wendy Brown, finden, dass es eine ganz tolle Autorin ist. Immer auch schön Frauen zu haben, ehrlich gesagt, im Programm. Und dieses Buch hat sich einfach als so ein zeitloser Klassiker erwiesen. Sie hat ein neues Vorwort geschrieben für unsere Ausgabe, nach wie vor aktuell. Also sie hat sich gefreut. Wie kommt es denn, dass plötzlich so viele Leute wieder auf Abschattung abfahren, möchte ich fast sagen. Was ist denn da die These von ihr? Also das Interessante ist, wie Sie schon ein bisschen angedeutet haben, wir leben ja eigentlich in einer vernetzten Welt. Also Waren, Geld, auch Menschen, Ideen zirkulieren sozusagen global. Alle tauschen sich aus, die Bevölkerung werden irgendwie bunter. Und trotzdem werden mehr Mauern gebaut fast als je zuvor. Also sie sagt in ihrem Buch, dass nach Ende des Kalten Krieges mehr als 50 Mauern gebaut wurden. Und das Interessante ist, es geht hier wirklich auch um die physischen Mauern. Also es geht nicht nur sozusagen um Grenzregime, sondern es geht darum, dass sie sichtbar sind. Und das ist genau ihr Punkt. Die Mauern werden gebaut wie eine Art Inszenierung. Ja und vor allen Dingen, warum denn? Was hat denn die Politik jetzt von dieser Inszenierung? Ist es etwas, wo man dann sagen kann, wow, dann geht es mit dieser Partei, die das nach vorne bringt, nach vorne? So ist es. Also man könnte es im Prinzip ein bisschen etwas zugespitzt so sagen. Und wir haben ja auch gesehen, dass unser Freund Trump in den USA mit dem Bau der Mauer zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten Wahlkampf gemacht hat. Und die Mauer ist sozusagen wie eine Inszenierung von Stärke. Also die Leute sehen es und haben das Gefühl, ah, wir haben hier einen starken Staat, wir haben ein Make America Great Again, obwohl die Staaten gar nicht mehr so stark sind. Es gab aber auch so ein bisschen Kritik und zwar an der Autorin, weil so ideologische, religiöse Sachen so ein bisschen außen vor gelassen worden sind bei dieser Mauerngeschichte. Welche Lösungsansätze für dieses ewige Mauernproblem bietet denn die Autorin? Also die Autorin hat erstmal einen sehr stark diagnostischen Blick. Sie schaut sich verschiedenste Mauern und Grenzregimen in allen möglichen Ländern der Welt an. Sie konzidiert, dass die Situation in Europa natürlich zum Beispiel eine ganz andere ist als in den USA. Ich glaube, sie ist der Auffassung, dass wir uns einfach daran gewöhnen müssen, dass Staaten nicht mehr sozusagen so stark sind. Mauern sind ein Fest für Kriminelle, für Arbeitsschleuser, für Ausbeuter, für Sklavenhalter sozusagen, die die rechtlose Menschen sozusagen über Mauern ins Land schleusen. Und weil es Mauern gibt, sind die eben nicht frei. Kommen wir jetzt zu einer Frau, die international quasi grenzenlos unterwegs ist. Der Name ist Mira. Sie ist Anfang 30. Sie ist Diplomatin, arbeitet am Sitz der Vereinten Nationen in Genf und soll im Frühjahr 2017 mit ihren Kollegen und Kolleginnen Lösungen für den Zypern-Konflikt erarbeiten. So auf jeden Fall beginnt der Roman Schutzzone von Nora Bossong. Frau Wunderer, viele Kritiker sagen, dass man bei der Lektüre des Buches am besten die ganze Zeit Google geöffnet haben muss, weil ansonsten man überhaupt nicht mehr mitkommt. Wie ist es Ihnen da gegangen, als Sie die ersten Fahnen gelesen haben? Also überhaupt nicht. Also ich finde, man kann das Buch sehr gut lesen und sich einfach mit Mira Weidner mitnehmen lassen auf diese Reise durch die Schauplätze und durch die Zeiten, auf ihren Missionen für die Vereinten Nationen. Was der Roman aber tatsächlich auslöst, ist eine große Neugier, dass man darüber einfach mehr wissen will. Zum Beispiel Burundi hatte ich den Eindruck, war zumindest in den deutschen Medien immer nur auf den hinteren Seiten der Tageszeitungen präsent. Und ich habe wirklich begonnen, mich einfach ausführlicher damit zu befassen, weil meine Neugier geweckt war. Auch mit dem Einfluss von Deutschland oder Belgien als Kolonialmächte, die da in diesem Konflikt Hutu gegen Tutsi durchaus auch mitverantwortlich waren, dass die Gräben so tief geworden waren. Was für eine Beziehung? Weil ich glaube, es gibt eine. Hat denn Frau Bossong zu Burundi? Also es gibt keine persönliche oder private Beziehung. Was sie aber getan hat, ist, dass sie sehr genau recherchiert hat. Sie ist in all diese Länder gefahren, nicht nur nach Burundi, auch nach Ruanda, nach Den Haag, nach Zypern, nach New York. Und auch jetzt noch hat sie zum Beispiel den Gedenktag in Ruanda für die Zeit begleitet und ist als Prozessbeobachterin in Den Haag für die Prozesse für die Menschenrechtsverletzungen immer wieder vor Ort. Ich habe mich gefragt als Lektorin, wie arbeiten Sie mit so einem Buch? Ich stelle es mir wirklich schwierig vor, weil es spielt in unterschiedlichen Ländern, in sehr, sehr vielen Konferenzräumen und so was. Kann man sich dann immer hundertprozentig auch in die Autorin reinversetzen? Muss man das tun oder muss man da immer noch so ein bisschen Abstand wahren? Zum Glück lebt die Autorin noch so, dass man ihr einfach auch Fragen stellen kann. Das ist ja nicht immer der Fall, wenn etwas aus dem Nachlass publiziert wird. Und tatsächlich habe ich begonnen, mir auf einem riesigen Plakat irgendwie die Zusammenhänge aufzuzeichnen, wo mir etwas nicht ganz plausibel erschien, nachzufragen. Wir hatten aber auch wirklich Leserinnen, Leser aus dem Bereich der Vereinten Nationen, die Norobu Song auch interviewt hat, die immer wieder Fragen auch an die gestellt hat. Ich hatte wahnsinnige Unterstützung von einer Volontärin, Joko Hamann, die wirklich die Feinheiten dieses Arusha-Abkommens, das da eine Rolle spielt, recherchiert hat, sodass wir das wirklich mehrmals abgeklopft haben. Gut, das glaube ich Ihnen sofort. Trotzdem, was ist es denn? Ist es jetzt ein ausschließlich sehr, sehr aktueller Roman oder spielt da schon so ein bisschen Sachbuch mit rein? Nee, es ist ein Roman auf jeden Fall, weil ein Sachbuch ist ja der Wahrheit verpflichtet, ein Roman ist der Wahrhaftigkeit verpflichtet und auch der Wahrheitsbegriff wird ja in dem Roman problematisiert, nämlich dass alle Menschen, die sich erinnern, die erzählen, auch eine eigene Gültigkeit haben in dem, was sie erinnern und was sie erzählen, auch wenn das nicht deckungsgleich sein mag. Also genau das ist eine wichtige Frage und da glaube ich, dass die Mittel des Romans dafür sehr gut geeignet sind, diese Ambivalenz auch darzustellen. Das heißt also, es ist ein Buch für alle, die interessiert sind und man muss noch nicht mal Google offen haben? Nö, aber man kann. Also heute liest ja eigentlich jeder mit dem Handy neben sich auf der Couch, sodass jeder, der neugierig ist, sofort danach greifen kann. Aber man kann es auch in einem Rutsch durchlesen. Es gibt auch eine große Spannung, wie ich finde, die einen da durchzieht und erst am Ende dann vielleicht neugierig werden und weiter recherchieren. Kommen wir jetzt zu dem Seitensprung beim Surkamp Espresso. Das bedeutet, wir beobachten und gucken uns ein Buch aus einem anderen Verlag ein bisschen genauer an. Frau Wunderer, was haben Sie uns denn da Schönes mitgebracht? Ich habe das literarische Debüt von Maren Kramus mitgebracht, das den schönen Titel trägt halb Taube, halb Pfau, im Sezessionsverlag erschienen. Und das ist ein Buch, das eine literarische Landvermessung im Grunde unternimmt. Das Land ist Antarktika. Es ist ein Land ohne Grenzen. Ein Land, das noch keine Wegweiser, noch keine Infrastruktur hat, also viele weiße Flächen und noch nicht erforscht und begangen ist. Und im Grunde macht Maren Kramus hier eine Pionierarbeit. Sie macht sozusagen eine poetische Landvermessung und sie vermisst aber auch die weiße Seite des Buches, wie man hier drin immer wieder sieht. Und dabei überschreitet sie auch Genregrenzen hin ins Dramatische, in die Prosa, aber auch überschreitet sie die Grenzen des Buches als Objekt, nämlich durch QR-Codes. In diesem Buch werden wir immer wieder in den digitalen und audiovisuellen Raum verwiesen. Und ich lese das immer wieder mit Begeisterung, kann es jedem empfehlen. Ja, vielen Dank. Und das war es auch schon vom Espresso, vom Surkam Espresso dieses Mal. Wir freuen uns aufs nächste Mal, Sie hoffentlich auch. Bis dann. Tschüss.